hey ho leute und herzlich willkommen zur neuen folge minecraft ja heute habe ich den neymar skin genommen und warte ein bisschen kurze das war ein bisschen fehl hey ho leute und herzlich willkommen zur neuen folge minecraft ja leute letzte folge war die commands kaputt ja heute habe ich neymar skin genommen und soll ich tun dann ja wir machen unsere forsken ist fertig okay gestern haben wir mit diese commands gespielt und die bahn fängt die gehen nicht das soll ich tun 13 ist kaputt oder mein handy ist aber nicht getroffen juhu zehn punkte für film hat er nicht mal cool ich glaube hier wird er noch mal wo ah hier bin du blinder wir machen heute mit commands glaube ich heute geht es ich wollte ein paar mal nachschauen aber ja abbrechen bitte abbrechen ich mach mal drei drei dinge und ich mach mal was ist was ist was ist ok warte so geht das aber nicht ja warte so ich brauche ich brauche dinge ich glaube so geht das ich glaube so geht das ich bin auf der sofa ich stehe mal auf ich stehe mal auf auf dann stehe ich mal auf und mache einen cut ich besser finden kann okay ich habe und ich habe etwas gemacht ist noch zu du bist nicht leicht auf mein ich kann nicht eigentlich was soll man jetzt tun leute ich habe brauche man wasser wissen wir warum das ich das trinke weil ich mein hut ist in so unter wasser ich bin nicht so viel okay ich brauche nicht wo ich wo ist diese dinge aufs blog hier magma blog nicht mal schon ich glaube das kennt hier das bitte viel hilfe es will nicht mal viel so ich habe gut okay die wasser ist links jetzt kann ich das nicht nur zwei werbung immer werbung auf mein schönes handy immer ich hasse jetzt schon mein handy ich glaube ich habe nicht so viel speicherplatz dass ich mein intro drauf packe okay dann habe ich keine auto dann sitzt man einfach hier nein magma blöcke zieht mich jetzt so mit relativ kann man hochgehen das war die dinge das ich auch zeigen wollte dass ich das leute habt ihr lust auf das ist es für ein blog ja ich glaube minecraft ist normal baggy 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 ich habe irgendwas gefunden in gif modi von 40 barriere was ist barriere in eine bitte sobe rechts m warte ich habe noch einen plan sind die blöcke glaube ich ja ich glaube ich habe mein logo gesehen und er hat auch so ich glaube es ist ein experiment ich möchte mengen durch wir bauen einfach wenn ich das jetzt weg mache ich komme nicht mehr raus hilfe nein ich komme echt nicht mehr raus aber wo bei mir alles habe ich weiß nicht warum wenn ich gestartet habe meine dings meine sachen wieder hier starten wir starten okay die barrieren weg und die folge wie ich mach mal jetzt schon die folge aus ja 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 ja